Hallo Rasenfreaks, ich stehe hier bei Voltec. Voltec hat meinen Rahmen fertig, jetzt kommt gleich meine Frau mit dem Anhänger und dann holen wir hier endlich den Rahmen ab. Das hat hier Wochen gedauert. Vier Wochen ist jetzt der Rahmen bei Voltec und heute ist es endlich soweit, heute holen wir den Rahmen. Ich bin ja so gespannt, wie das Ding aussieht. Gleich werde ich jetzt hier sehen, bleibt dran. Da ist er Freaks, mein Rahmen in Signalrot, Feuerrot, Powerrot, Racingrot, Rasenrot. Die werden alle absetzen. Die werden alle absetzen. Nichts? Die steche dann ist hier. Die ziehen wir vanaf vorne. Die werden alle absetzen. Taisa! was will ich zuerst mal zuerst will ich die radmotoren wieder einbauen ihr erinnert euch noch daran radmotoren ausbauen der absolute horror jetzt kommen sie wieder rein ich werde das gewinne noch mal nachschneiden die haben also ganz schick die gewinde freigelassen ich muss jetzt trotzdem noch mal nachschneiden und dann stecken wir die radmotoren wieder ein so das ist die falsche seite falsche seite diese motoren die wiegen ja das wollen wir sehen hier das ist ja so der hammer so jetzt ist dazu die frage seid ihr noch dabei seid ihr noch dabei da nicht schützen packen auch ordentlich passt sie drauf ordentlich passt sie drauf ja 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 Und dann... Da... Da war... Ja! Jetzt ist er dann! Sehr schön! Super! Klack! 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 Ha, ha, ha! Oh, man, dass er hier hochgeht! Ja! Ja! Da wird der Schlüssel vordringen! Ja! 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 So! Good Freaks! So weit erst mal! Danke fürs Zuschauen! Ja! 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 Ja!